Kennen wir alles und ich heiße euch herzlich willkommen zum Softbox, die rektakuläre Zerreißprobe. Ich freue mich riesig drauf und wir starten direkt das Spiel. Neues Spiel. Laden, wenn es dir schwer fällt, Kämpfe zu gewinnen, dann versuch einfach besser zu werden. Ubisoft presents Ubisoft San Francisco production. In Zusammenarbeit mit Ubisoft, Osaka und Massive Entertainment. Uh, Osaka. Softbox Digital Studios. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Hier herrschte mal Recht und Ordnung. Das war einmal. Das Verbrechen wütet, Katzen verschwinden und die Bürger werden zu Opfern. Oh, hey! Wer hat vor meine Tür gekackt? Was schreist du denn so? Ah! Wir hätten sie schützen sollen, die schutzlosen Bürger. Unter vom Auto, du kleiner Bisser! Aber politische Differenzen hatten die Superhelden gespalten. Wir sind zwei Lager. Im Krieg. Aber Krieg wird unsere Stadt nicht retten. Eine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung. Mythen erzählen von alten Zeiten. Von einem König, der sein Reich einte, das von einem mächtigen Stab zerrissen worden war. Hallo, Schatz. Schnauze, Mom. Keine Zeit zu verlieren. Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und finde die Katze. Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist. Ich kann so gut wie kein Englisch. Ja! Ja! Juhu! Okay. Ähm, ja. Haare. Äh, 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 äh. Nein. Nein, äh. Okay, Moment. Hm. Nee, die gefallen mir. Okay. Vorbeendern mit Z. Haben wir ein Dumm? Schwarz ist mir zu schwarz. Äh, wir nehmen das hier. Zurück, äh. Gut, äh, Make-up. Von wem? Äh, zurück, äh. Bär, uh, Bärte. Hm. Haben wir keinen so, drei Tage? Warte, so, so eins nur in drei Tage Form, also. Ach, nehmen wir das da. Oh, Moment, Moment, was, was hatte das? Hm. 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 Nee, das gefällt mir besser. Okay, was haben wir hier? Accessoires. Eine Brille. Nein. Kleidung. Äh, okay, was haben wir im Moment? Blutrot. Blutrot. Und. Und hier die Kleidung ist schwarz. Äh. Okay, sonst geht nicht mehr. Hände. Hände. Ja, ich würde sagen, passend zur Hose, oder? Ja. Nehmen wir das weiter. Schwierigkeit, äh, aha, aha. Leicht, sehr sch... Schwierigkeit ist, sorry. Moment. Ah. So kann man, aber... Ja, wenn ich es leicht will, haben... Keine Sorge, das wirkt sich nicht auf den Kampf aus, nur auf dein ganzes restliches Leben. Gut. Äh, ja, entweder schwarz oder weiß. Ich bin selbst, äh, ich bin selbst, äh, man könnte sagen, ein Kellerkind. Ich bin ein Kellerkind, also extrem bleich. Ähm, aber... Ich weiß, was damit gemeint ist, ist mir sehr schwer, also das, ja, rassistisch, bla bla bla, wegen Rassismus und so, aber es ist, es ist auch auf den Spiel bezogen. Im Spiel kriegt man als Schwarzer hier, wie der, wesentlich weniger Geld bei den Kämpfen, also nach den Kämpfen, als als Weißen, aber gut. Ich nehme ja nur, weil ich selbst so aussehe. Ohne die... Ja, mit seinen drei Tage Bart, aber sonst... So, uh. Die Maurer greifen an! Sie sind überall! Lass sie nicht zu unserer Basis! Zu spät! Sie haben das Kastell gestürmt! Ah! Sie haben... haben die Basis! Schlagt sie zurück! Auf die Maurer! Ihre Rüstung ist zu stark! Sie tragen Fahrradhelme! Wo ist der König? Der König sitzt auf dem Schron! Ähm, Schwierigkeitsgrad, okay. Ähm, benutze wea... WSAD und, äh, rauf, runter, links, rechts, um den richtigen Punkt zu finden und drücke dann Z zum Start. Hat das irgendjemand ausprobiert? Ah, Moment, was... A, halten und... Halten und jetzt Z. Musik. Äh, w-w-w-wes... äh... Moment. Moment. Kackmeister! Ja, aber... Was ist das? Äh, was, Chewbacca? Okay. Äh, Moment, äh, wir brauchen... Brauchen wir die? Ja, wir brauchen die Maus, um reinzuhauen. Ich weiß nicht... Ich glaube, die Steuerung ist... Keine Ahnung, die Steuer... Hm. Und? Das ist doch gelb, das kann man doch... Okay. Gut, äh, Moment, wie, wie... Ah, die Steuerung ist so seltsam. Ich glaube, ich wechsle dann auf... Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheiß-Dasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo, mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Äh, deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Äh, 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 äh. Hahaha, ja. Okay, keine... Sieh mal, du hast ein Handtuch dabei. Hey, Mann, ich bin Tauli, dein Spielkamerad. Ich werde dir ab und zu Tipps geben, weil, naja, wer mag denn keine Tipps, stimmt's? Na gut, wir sehen uns später. Hi, Tauli. Okay, es ist... Okay, okay, okay. Gut. Kann man... Ah, gucken? Oh, mein Gott. Was ist Fressa da? Oh, gesperrt. Ah! Okay. Daddy hat, äh, Geheimnisse vor uns. Ein Teppichmesser. Ein Teppichmesser ist Schrott. Okay. Uh, uh, was haben wir hier? Okay, okay. Ja, böse, böse. Was zum Geheimnis ist das denn? Entschalten. Gamesper. Updating. Ernsthaft? Ja. Gut. Äh. Satzspielkarten. Uh, Toys. Verstecktes Messer. Assassinenanzug. Assassinenhandschuh. Hands... Kappe. Kapuze. Verstecktes Messer. Plus eins Rezept. Verstecktes Messer. Artefakt. Eisenfingeranzug. Eisenfingermaske. Ja, und Geld. Ja, wie man... Was? Ih, was ist das? Nee, ich meine, das ist hier auf dem Tisch. Ih. Okay, keine Ahnung, was das ist. Also, und was das hier anbelangt ist, ja, ich habe die Collector's Edition gekauft. Da sind ein paar DLCs mit dabei. Also, das waren zum Beispiel ein paar davon. Klebeband und anderes solches Zeug. Was haben wir hier? Gut. Hier, die Flagge des Königs. Na, Goldfischi. Goldfischi, kluck, kluck, kluck. Sag Hallo. Und weg. Äh, ja. Die Steuerung muss sich noch klarkommen. Gut. Uh. Was kommt von da drüben? Aber zuerst... Was haben wir hier? Äh, Flyer, Urteil, Kabel. Okay. Mami, weint nicht, Schatz. Ich habe nur was im Auge. Okay. Macaroni und Tortilla. Und was haben wir hier? Sportflasche und Tüte mit Chiporritos. Mami? Deine Freunde stehen vor der Tür, Schatz. Geh raus zum Spiel. Okay. Alles gut, Schatz. Ich habe noch was im Auge. Lass mich, Schatz. Mami muss jetzt weinen. Okay, das ist schräg. Aber gut. Macrose freie Merch. Sagt sie sonst noch was? Keine Sorge, Schatz. Wenn ich tot bin, tut es nicht mehr so weh. Alter. Alles gut, Schatz. Ich habe noch was im Auge. Ach, du Scheiße. Nee, der... Ich sage nichts dazu. Was haben wir hier? Uh, Geld. Wir sind rich, Mann. Richy, rich. Mein Herr. Die dreckigen Mauern wollen Castell Coupa in ihre Gewalt bringen. Was? Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Mein Herr. Ach, komm, Alter. Ach, komm, Alter. Ich bin schon da. Ich bin schon... Du willst du hin, Herr. Das ist das Ende der Welt. Das Ende der Welt kannst du nicht überschreiten. Okay, dann halt nicht. Moment, aber was haben wir hier? Äh, das sind die Mauren. Was auch immer mit Mauren gemeint ist. Ah, hier kann ich nichts machen. Gut, ich komme. Hey, du. Äh, geh. Ja, lass dir das nicht gefallen. Okay, drücke, geh, um Gegner zu schlagen. Und zu schlagen? Geh? Ein Zaffes. Ein Kleinkönig. Ja, ja. Und dein Kampf zu beginnen. Hier. Ich muss wirklich... Vorber, kann ich! Erteil ihnen eine Lektion! Ja, ja. Mach ich glatt. Drücke 1, um deine Kraft auszuwählen. Äh, 1. Drücke W, ASD, um auf die Gegner zu dürfen. Okay. Drücke Lettaste, um deine Kraft einzusetzen. Ähm. Oh. Ich hab' ein ziemlich mieses Gefühl. Ja. Der stirbt und sein Geg... Ist ein Freund? Gah. Okay. Kraft mit Rückstoß können zusätzlichen Schaden verursachen, indem sie Gegner in andere Gegner, Verbündete oder Objekte schleudern. Okay. Ich hab' keine Angst vor dir und deinen Königs-Kombos. Äh! Äh! Der König ist unbesiegbar! Hau sie weg, König! Okay, hau sie weg, äh, Zubin. Gut. Dann machen wir's hier. Bam! Aber ich muss auf Gamepad umwechseln. Wir können ihn nicht aufhalten! Mach die Wachen des dunklen Hofs bereit! Wow! Hast du gesehen, wie krass der König ist? Niemand ist so stark wie er! Du schaffst uns nicht alle! Ja! Hau nur ab! Hör nicht auf sie! Knipps ihnen die Lichter aus! Los! Gib's ihnen! Ja! Mein Gott, Kyle! Halt die Fresse! Kampforteil! Kampf! Äh! Greifst du einen Gegner zuerst an, erhältst du einen Kampforteil, wodurch du zuerst am Zug bist. Ja, okay. Die vollständige Kampfreihenfolge wird in der Zeitlinie unten rechts angezeigt. Okay. Zuerst ich, dann die anderen. Okay. Mit verschiedenen Kräften wirken... Die verschiedenen Kräfte wirken auf unterschiedliche Bereiche des Schlachtfelds. Du siehst die Reichweite einer Kraft in der Grafik unten unter ihrem Symbol. Okay. Geradeaus, links, rechts. Okay, okay, okay. Okay. Äh. Hier und zwei. Wenn ich das mache... Okay. Moment. So. Das sollte klappen. Gut. Und los. Boah! Oh Mann! Das ist ja unmenschlich! Macht nichts, sind ja nur die Bösen! Stimmt! Weiter, König! Die Mauchen sind unaufhaltsam! Okay. Oh ja. Oh, scheiße. Ich dachte, ich könnte nochmal furzen, aber wie es scheint, hat es noch einen. Okay. Den wird es nicht töten, aber den da, oder? Ja. Bam! Das Wachen des dunklen Hofs sind alle Muschis! Hey, halt's auf! Voll enkelhaft, aber nicht genug, um uns zu besiegen! Das kitzelt den König nicht mal! Okay. So, hier rüber und zwei und furzen! Zeig's ihnen, König! Ja, bin dabei, bin dabei! Die Mauchen. Was sind die Mauchen überhaupt? Nein, bin ich nicht. Und jetzt friss meine Shorts, Bastard! Okay. Streitdachs. Oh Mann! Ja, ja, ja. Okay, und... So, hier. Schlag! Bam! Los, wir müssen ins Kastell! Hab ins Kastell! Schneller! Schnell, Mann! Geht zur Seite oder sterbt! Wir gehen durch diese Tür! Niemals! Ach ja, und warum nicht? Das alles hier vorne ist Lava! Oh Mann, echt jetzt? Das ist alles Lava? Ja, alles von hier bis da ist Lava, da könnt ihr nicht durch! Fuck! Los jetzt, gehen wir rein! Geht nicht, die sagen, alles vor der Tür ist Lava! Oh, das ist voll unfair! Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt! Lasst den Drachen los! Was? Ist ja geil! Das ist ein Drache, der brüllt! Nee, das ist jammergeil! Gegner können dich angreifen, während du etwas untersuchst! Aha! Grezzo in einem Hinterhalte gehört dem Gegner automatisch der erste Zug! Au! Gut, was haben wir? Hier rüber! Und dann... Ja, Power-Schlag! Rückstoß-Kombo! Aha! Aber was haben wir für eine Stimme? Ja! Ja! Feuer, atem laut! Was? Äh... Die gestreiften Felder zeigen die Schattenszone eines bevorstehenden Angriffs an. Verlasse diesen Bereich, um nicht getroffen zu werden. Mach bloß den Feueratmen aus! Bleib nicht da stehen, wo er dich erwischt! Ja, wenn du bereit bist, deinen Zug zu beenden, halte C gedrückt. Okay. Mann, was ist das für eine Stimme, Mann? Der Feuer... Ach, unser König ist ausgewichen! Ach, verdammt! Okay, wenn ihr Feueratem kriegt, dann kriegt unser König den Hammer der Gottesherrschaft! Gut, und zwar hier... Keiner hält den König! Auto! Auto! Runter von der Straße, Drecksplagen! Okay! Sorry, äh, ich meine... Das erinnert mich so an meine Kindheit. Wir hatten... Wir waren früher auch auf der Straße. Wie ich dir alles sagen wollte! Keiner hält den König auf! Er ist allmächtig! Er hat, äh... Der Hammer der himmlischen Herrschaft, äh... Er teile eine... Eine Untertanen, eine kräftige Abreibung. So, hier! Uh! Oh! Welch ein Hieb! Oh, Kacke! Drachentöter! Drachentöter! Dragonslayer! Kingdoushback! Kingshaft... Oh mein Gott, er hat den Drachen besiegt! Unglaublich! Das Kind ist der Wahnsinn! Okay... Und jetzt? Kyle? Äh... Vielleicht gibt es einen Weg durch die Garage, mein Herr! Vielleicht! Wenn es einen Weg durch die Garage gibt, wird der König ihn finden! Ja, nur der König kann den Geheimweg durch die Garage finden, also, falls es einen gibt! Ja, nur unser unendlich weiser König kommt an dieser unüberwindlichen Barriere vorbei! Ernsthafte, äh, Drücke G oder Maus, um gegen gesprungene Objekte zu schlagen... Du, zu ihrer Hoheit! Benutzt deinen unvergleichlichen Intellekt, um hineinzukommen! Ja, Moment! Wow! Hast du gesehen, wie krass der König ist? Äh, halte gedrückt... Zum Kastell! Ja, um Objekte zu bewegen! Ah, verstehe! Moment! So! Aha! Und hier, der Drache da oben drauf... Gut, dann können wir halten... Ah, so bewegen man das ganze Zeug... Okay, Moment! Wow! König Saftsack ist so ein guter Kämpfer! Habt ihr gesehen, wie er die Leiter hochgeklettert ist? Er ist wirklich der mächtigste König aller Reiche! Scheiße, er ist Wahnsinn! Gut! Okay, wir sind oben ange... Nicht ganz angekommen... So, jetzt! Jetzt auf den Dach! Hey! Ich dachte, der König macht einen coolen Stunt, aber dann kann nur das! Du bist tot! Du bist tot! Tot! Äh... Zum letzten Sprecherpunkt... Okay! Äh... Ich hatte aber gedrückt... Und... Ah! Sprich, Barde! Was ist mit dem Stab der Wahrheit geschehen? Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen! Lügner! Du wirst den Zahn der Mauren spüren! Rührt ihn nicht an, ihr Heiden! Gebt den Baden frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun! Der König! Es heißt, er tötet Drachen mit nur einem Hieb! Ganz recht! Und wenn ihr nicht... Äh... Moment! Moment, wo ist der Zauberer? Äh... Ich dachte, er wäre bei euch? Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen! Kartmel! Der Zauberer ist fort! Mein Name ist Kuhn, ich komme aus der Zukunft! Hey, wir wollten das nicht mehr spielen! Ja, wir sind verfeindet, was soll das? Ich sag's euch! In meiner Zeit herrscht, dass Verbrechen und Katzen verschwinden! Ich muss das Team wieder zusammenbringen! Hey, nicht einfach das Spiel wechseln! Wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab! Eine Katze ist in Not, mit der wir das neue Verbrechersyndikat finden! In der Zukunft! Syndikat? Klingt ja nun mal zu groß für Kuhn und Friends! Willst du etwa, dass die scheiß Freedom Pals die Katze finden? 100 Dollar einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Fick die Freedom Pals, Alter! Genau! Schatzi-Pups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller! Der Kuhn-Alarm! Kommt, Kuhn-Freunde! Holt euer Zeug und meldet euch im Kuhn-Versteck in der Zukunft! Kuhn & Friends, sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen! Wir sind ja Superhelden und ihr Loser! Wir könnten ja auch was ohne dich spielen! Zum Beispiel, äh, keine Ahnung! Gut, was sagt der? Meine Eltern haben was gegen Synthetik, also wird das nichts mit einem coolen Heldenkostüm! Okay! Oh, da kann man hoch! Freeman's Taco! Okay, was haben wir? Äh, Tweak Bros, aha! Tom's Read No Plastic und das Softparks Senior Center! Freeman's Taco? Tacos? Hm. Ist da ein Gordon Freeman drin? Rock of Insanity, also auf... Aha, aha! Und was haben wir hier? Stables! Und wer bist du? Wollt ihr Star Trek spielen? Ich bin Spock! Äh, nee, sorry Kumpel, äh, das geht leider nicht, äh, Wizard's Stump! Was haben wir hier sonst noch? Äh, diese Org-Puppe, war das nicht in einer Folge, die... Die Sex-Puppe von Cartmans Mom? Okay, Schlag... Okay, die Steuerung muss ich wirklich... Aha! Schrott! Ich hab Schrott gefunden! Aha, aha, aha! Was auch immer das bringt. Äh, gut. Dann... gehen wir mal rein. Oh, hallo! Die Jungs sind in ihrem Spielzimmer im Keller. Okay, dreifache Ballaststoffe, Rindfleisch, Powerbar... Eric ist so mit Superheld-Spielen beschäftigt, der vergisst mir noch zu essen. Äh, ja? Moment. Alles mit nem Goldgriff kannst du öffnen. Probier's aus! Äh, hab's schon gesehen. Danke. Eric und seine Freunde sind so fantasievoll. Ja. Eric und seine Freunde sind so fantasievoll. Sonst noch was? Eric und seine Freunde sind so fantasievoll. Oh Gott, sie hat nur die eine Platte. Kunerkuchen, Verbrauchsgegenstand. Alles nehmen und weiter. Alles nehmen und weiter. Oh. Moment, bevor wir hier... Äh, Klebeband, Kürbisgewürze, Duftker... Kürbisgewürzduftkerze? Hm. Ernsthaft? Die Lava besteht immer noch? Ich dachte, wir hätten aufgehört zu spielen. Gut. Äh, dann runter. Äh, Schür... Schürz... Schürz... Meine... Fick... Mist... Äh, Esel... Eier... Mom... Pisse... Kack... Dich... Äh... Das sagt er doch immer zu seiner Mutter. Fick dich, Mom. Schnauze, Mom. Jetzt nicht, Mom. Und da wäre ich, äh... Fick dich, Mom, gab es. Aber jetzt nicht, Mom. Die Schnauze, Mom, gab es ja auch nicht. Nicht also... Mogelkönig. Ihr werdet nicht... Äh... Egal. Was soll der Scheiß? Mogelkönig. Okay, was haben wir hier? Eine Twinkies-Packung. Uh, Lebensmittel. Okay, was... Oh, die... Um gesprungene Objekte zu schlagen. Ja, 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 ja. Mond, was? Ah, Drücke, um Cartmans Tagebuch zu lesen. Nicht jetzt. Das sind die Sieben... Siemens, oder wie die heißen. Wo Cartman das mit Sperma gemischt hat. Und dann, äh... Eine... Große... Glückliche Familie gekommen ist. Ah, Upsala. Ich wollte es gerne nicht schlagen. Ich wollte... Okay. Der Stab von, äh... Blablabla. Und jetzt hier. Ach, du Scheiße. Ja, okay. Hier. Future Pass. Aha. Ego. Okay, was haben wir? Der Zaubererhut. Das weiß ich nicht. Ist das der Helm, als er sich als Dingsge... Ähm... Bei den Paralympics mitmachen wollte? Eine Oculus Rift. Ivadam. Was haben wir? Tokens Live Matter. Ein paar Sachen kommen mir bekannt vor, andere wieder nicht. Who is the Coon? Und hier... Oder ist das... Dieses Cartman-Kostüm? Eric Cartman. Eric Cartman. Da sind extrem viele... Ja, Easter Eggs... Äh... Versteckt. Und ich werde sie nicht alle finden. Oder verstehen. Oder sonst irgendetwas. Ist das... Ist das... Sein Ninja-Kostüm, wo er sich dann nackt gemacht hat? Ne, Moment. Da war er baufrei. Hm. Okay, gut. Ups, falsch. Das ist jetzt sie. Okay, okay. Dann... Yeah! Wir sind jung. Okay. Dann nehmen wir sein Tagebuch. Was haben wir da? Äh... Cartmans Journal. Oh Gott. Ja, äh... Christmas Liste. Ideas 2017. Down. GS4. Und... Oh Gott. Und was ist das? Los Angeles Clippers. Denver's Nugget. Okay. Shitlist. Kyle, Mom, Clyde, Dave. PC-Principal? Keine Ahnung. Hoverboard. Gut, was... Cartman? Ich hab... Beware. Do not open. Kun only. Äh... Ah. Fick dich, man. Nein, Mom. Ja. Haben wir doch gewusst. Zugangscode für Kunstversteck. Wichtiger Gegenstand. Hä? Das ist ein Schlüsselobjekt. Könnte wichtig sein. Äh, danke, Tolly. Mein Gott, was... Was man echt alles über Cartman erfährt. Gut, wenn das Cartmans Zimmer ist, dann ist das das Zimmer von... Cartmans Mom. Okay. Schöne Bilder. Was ist das? Was ist das? Oh, Baby Cartman. Also, Kleinkind Cartman. Ist das das, was ich denke, dass es ist? Mit... Ist das Vaseline? Oder Kleinkind Creme? Ja. Ich, äh... Halt mich vor, er ist da raus. Äh, ja. Böse Blumen. Böse Blumen. Gut, und was haben wir hier? Alles klar, Kumpel. Alles... Äh, danke. Dass mir ein Handtuch sowas sagt, das hätte ich auch nicht gedacht. Gut, wir nehmen einfach tonnenweise Zeugs und... Äh, wie geht man aufs Klo? Ah, so. Okay, ähm... Ah, halten. Halten und... Moment, set. Ah, cooler Move. Äh, okay. Nicht übel. Äh, Moment, was? Okay, äh, Moment. Super. Äh, äh, super. Äh, äh, w-was? Hä? Sch... Rausschütteln? Äh, wie... Was ist das für eine... Ich mach doch das, was sie wollen. Vielleicht ist es nur mit, äh, mit der Gamepad besser? Keine Ahnung. Ich hab wirklich keine Ahnung, was man hier machen muss. Da hat das sofort... Ja, Officer. Irgendjemand hat anscheinend Laber vor meine Tür gekippt. Nein, sie ist nicht heiß, aber mein Sohn hat mich gewarnt. Er meinte, Mom, fällst du in den Labersee, schmuggelst du wie Frikasee. Oh, Gott. Ja, stimmt. Er hat auch gesagt, Mom, fällst du in den Graben, dann fressen dich die Raben. Woher wissen sie das? Okay, gut. Und, äh, Mrs. Cartman? Hey, ich hab das geguckt. Oh, sie reagiert drauf? Hey, ich hab das geguckt. Okay. Oh, großer Gott. Großer Gott im Himmel. Ja. Der hat einen Pimmel. Gut, aber bevor wir hier weitergehen, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.